Wolfgang, Wolfgang ist hoch. Der macht was von uns. Der ist eine englische Schule. 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 Habe ich schon erwähnt, dass meine Pampa eifersüchtig ist? Die meisten nehmen mich auf. Ist doch eure erste Liga, oder? Ja, wenn die bei uns spielen. Keine Ahnung, oder? Ich brauch keine Ahnung. Ich find's ja lustig, aber wenn die bei denen spielen, dann klopfen sich da wirklich alle. Das ist kein Fußballwetter, das ist echt schon wie in England. Ja, ist du? Ja. Du bist bei dir? Ja. Hei! Du bist bei dir. Du bist bei dir. Hei! Du bist bei dir. Nein! Du bist bei dir. Oh, da. едemaal! So! dupo Absurdiert! Du bist bei dir. Brot. Brot! LeBeaten. Genau! ... es ist bei dir! Einmaliger Nachbar. Mit dem so. Also nochmal, wir müssen dich für dich verscheißen, ja? Braucht mich ein bisschen verwirrt. Scheiße, ich bin irgendwie kaputt mit Männer aus. Das ist so. Oder kommt mir das nicht vor? Ich mein, die Hüften da rum, machen Ballett und so weiter, und die da... Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, wer ist hier so original deutscher haltter Spieler? Gibt's dir da so einen? Ja, was ist denn? Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Oh, ist das Schlecht. Ah, dann geht es wieder auf. 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 Ah, dann geht es wieder auf.